ich jetzt eigentlich gekracht könnte ich gegenseitig ausschalten das sind die kills ich brauche eigentlich muss ich warten bis er wiederkommt was der counter wenn man wenn man afk ist und wiederkommt kann ich nämlich denn ich suche ihn einfach die ganze aber ich kriege ihn ja wieder angezeigt so mache ich die 20 bomb das dürfte reichen okay so wir spielen mal ein bisschen die m4 habe ich lange nicht mehr gespielt was ist jetzt der ist auch afk okay der andere afk muss hier oben sein eigentlich gar nicht nicht überfahren werden da ist er doch okay wir warten wieder wir holen uns die 20 bomb alles gut ich mache gar keinen schluss jetzt das ist das ist nicht echt das kann kein mensch sein das ist das kann kein das kann kein echter spieler sein feinde landen im einsatzgebiet feindliche drohne in diesem sektor einsatzgebiet goes Er guckt sich seine Hände an, was ist jetzt? Hol dir doch die Waffe hier, komm. Ja, weiter, aufheben. Er hat mir Geld getroppt. Hä? Stark. Komm mir nicht zu nah. Alles gut, bleib da stehen. Kann ich, gibt es einen Ingame-Chat? Nee, ne? Kuss, Riese für einen Follower. Was jetzt? Das kann doch kein... Das kann doch kein... Das kann kein echter Mensch sein. Wie kann es sein, dass er immer noch lebt? Nein, du kriegst hier keinen Molotow. Ah, die Hütte rennt. Ich lass los. Hat der andere jetzt eine Waffe? Der schießt auf mich. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wo kommen die jetzt alle her? Also, ich habe noch nie so eine Lobby gesehen. Nein. Feindliche Drohne in der Luft. Ah, ich muss da rüber. Irgendwie. Nein, das ist sehr besser. Supermibor wieder eine Runde. Hör auf, ey. Ich glaube, das könnte der sein. Natürlich hat er self. Keine Blades, schade. Ist er das? Da ist er wieder. Da ist der Sweater mit TikTok im Klantik. Hör auf, ey. Nein. Ich bin One-Shot. Das sweaten die eigentlich gerade alle. Ich habe noch nie sowas gesehen. Also, entweder hat er wirklich reingetrollt. Der eine Dude. Oh, das war ein Bot. Das kann nicht sein. Dass der so durch die Gegend gelaufen ist die ganze Zeit. Das ist eigentlich nicht möglich. Nur noch zehn übrig. Ist doch hier jemand. Nein. 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 Er hat die Maxi mal geklaut. Kommt der? Ich habe halt auch einfach noch Zone. Es ist wirklich, was ist das für eine Runde. Das Feind hat einen Mörser-Schlag gestartet. Mörser auf uns. Unkorrekt. Nein. Hallo? Das ist einfach der beste Mörser. Also, wenn der Mörser kein Aim-Bot hat, weiß ich auch nicht. Bum steht bei der Zone. Lass los, die Kiste. Ah, ist wirklich der greatest. Cornblatt. Of all time. Ja, alles Streaks. Alles, alles da. Ich sehe schon, die Streak wird mich gleich holen. 100 Prozent. Nein. Wieso habe ich einen Kill bekommen? Ich glaube, er ist vom Dach gefallen. Kann das sein? Und die verheiten sich gegenseitig. Und komm, die werden am Gas sterben. Die werden beide am Gas sterben. Nein. Brabe Aufklärung in der Luft. Verstanden. Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung online. Er wird sterben. Er wird an der Zone sterben. Er leitet es fast um. Beende die Mission. Drohne hat keinen Treibstoff. Das war's. Der Mann ist down. Ihr habt es geschafft und den Sieg bekommen. Gut gemacht. Ja. Kann man da GG sagen? Ich habe zu Beginn. Ich habe zu Beginn. Ja. glaube ich, Bei uns in der Luft nicht mehr.